Okay Jungs, recht herzlich willkommen zurück zu Toy Story. Wir sind jetzt im Greifautomaten. Gar keine Lust. Ja, mal gucken, das wird wahrscheinlich sehr, sehr ätzend hier. Guck mal, das ganze Spiel. Ah, man, okay, okay, okay. Hab's verstanden. Glaube ich. Nein, du... Hab du bitte... Hab du bitte... Hab du bitte... Hab du bitte... Hab du bitte, hab ich gesagt. Ratata. Wusstest du, dass du wieder irgendwie herkommst? Darf ich das speichern? Ah. Jetzt. Achso. Okay, wieder aufpassen. Münzen tun weh. Also ich weiß es nicht, ich hab's nicht ausprobiert, aber ich kann's mir vorstellen, dass die Münzen weh tun. Weil er übrigens aufhört mit dem Stick zu spielen, das funktioniert nicht so. Da haben wir den Beweis. Oh, jetzt muss ich da auch noch... Oh, nee, Alter. Nee, nee, nein, 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 nein. Ah. Oh, mein. Jetzt muss er... Boah. Okay, komm, ich speichere. Krank. Ja, jetzt muss ich auch noch Glück haben, dass der dann in der richtigen Position gerade ist. Ei, 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 ei. Das tut safe weh, wenn ich dagegen laufe. Ich meine, mit Safe-States oder netten Safe-Pumpen wäre das ja halb so schlimm, so ein bisschen Try and Error, aber zu wissen, dass wenn dein Tod gerne mal bedeuten kann, herzlichen Glückwunsch, spiel mal die letzten drei Level nochmal neu. Ey, das ist ja... Das ist ja krank. Das ist ein Checkpoint gewesen übrigens, den das Spiel wieder nicht so ganz anerkannt hat. Okay, okay. Ah. 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 Warum springen die Sicherung rüber? Oh, Alter. Ist das dumm? Ey, ja. Okay. Okay. Jetzt will ich es aber auch wissen, ne? Okay. Ja, ich bin doch gesprungen. Ja, ich bin doch gesprungen. Ja, blä. Ja, blä, blä. Also, das ist halt dumm. Das kann man nicht so richtig sehen, wo die rausfliegen. Oh, ich will ja schauen, dass ich gerade uns denn geschafft habe. Nein. Je-ha. Oh Gott, ey. Oh, Save State. Eck mehr Marsch. Dö, 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 dö. Okay, da sind die Ecke. Da, nicht in die Ecke. Alles klar. Ich laufe mir vorbei an dem, ne? Bleib einfach in der Ecke, genau. Einfach. Da! Tricksau. Eigentlich immer nur in die... ...quasi da drunter, ne? Ei, 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 ei. He, he, he. Äh. Warum kann ich hier hin? Warum kann ich mehrere Wege gehen? Will ich nicht. Was ist das denn? Was wird das hier? Wow. Warte. Ähm. Oh. 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 Oh, ja. Ja, 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 ja. Herzlichen gebrauchen, oder so? Ich meine, ich nutze eh Safestates, ne? Aber. Fühlt sich trotzdem ganz gut an. Komm, scheiß drauf. Also, ich hab einen Punkt erreicht, wo ich mir denke, ey, das ist so dummer Try in the Raw. Also, komm, schon. Bitte? Ich war doch noch nicht so weit. Bitte? Was sind das für Hitboxen, Mann? Also, ehrlich. Wie? Hä? Komm ich da überhaupt durch? Existiert die Chance? Sogar nicht theoretisch? Leck mich doch am Arsch. Was machen wir so? Nein. Was ist das denn? Da brauchst du halt mal tausend Versuche, um zu checken, wie man da überhaupt bestens durchkommt, ohne Damage zu nehmen. Alter. Alter. Alter, was ist das denn? Völlig kranke Hitbox. Ich weiß nicht, was die geraucht haben, in this point. Okay, scheiß drauf. Was ist das? Was passiert hier? Okay, okay, alles gut. Alles in der Kontrolle. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Spiel so schwer ist. Also, das ist ein Kinderspiel eigentlich, sollte er in erster Linie Kinder ansprechen. Und vor allem, die ASAK-Zeit aller vorbei. Warum gibt's so spärlich Leben und alles richtig umbringen? Warum kriegt das Ding nicht kaputt? Danke. Das Momentum ist auch krass, ey. Das ist nämlich schleuig nicht so schnell, ey, Bursche. Bursche-Sheriff. Schalala. Blablabla. Ich meine, diesen Dingern hier ausweichen, das geht noch halbwegs. Das kann man ja auch schön langsam angehen, immerhin. Okay, ich wollte dieses Dingern statisch, weil die sind einfach so unbrechenbar. Ähm, okay. Was? Was? Alter! Ich bin echt, echt fast geraucht. Das war zu spät. Ah, mein Gott. Pixel-perfect, wirklich. Das ist Pixel-perfection. Pixel-perfection ist immer scheiße. Das funktioniert halt immer nicht. Ich muss ja schon predikten, wo das Ding... Ich meine, das ist ja noch schneller hier. Also, ich salte jetzt. Fickt euch. Okay, das Level ist auch vorbei. Alter, was war das denn? Noch ein Continuum. Okay. Oh, ein Besucher von der Außenwelt. Wenn du uns hilfst, unsere Freunde in dem Greifer-Automaten zu retten, dann nehmen wir dich mit und zeigen dir... Die Kralle entscheidet, wer gehen darf und bleiben muss oder so. Automat-Labyrinth, rette alle grünen Männchen, die im Greifer-Automaten gefangen sind. Tipp. Je schneller du diese Spielstufe schaffst, desto mehr Sterne hältst am Ende. Okay. Okay. Ich helfe erst mal, es überhaupt zu schaffen. Ich helfe erst mal. Ich helfe erst mal. Ähm... Ähm... Ich helfe einfach Shit. Hellooo! Ähm... Achso, muss ich das irgendwie zurückbringen, das Viech? Äh... Doom ist nur zwei Jahre älter, ne? Hellooo! Wolfenstein drei Jahre. Glaube ich. Ah, guck mal, da ist so ein... Ah ja, okay. Ah, ist wieder auf Zeit und wahrscheinlich verkacke ich jetzt. Hellooo! Ah, lauf rein. Aber ich finde das gerade echt, äh... Das ist tatsächlich wieder ganz cool. Wie gesagt, das Spiel ist schon technisch durchaus nicht, äh... Kein schlechtes Spiel. Okay, zwei nur noch. Das ist gar nicht mal so viel. Mah! Auch wenn hier die Kanten oder die Hitboxen leider ein bisschen... Trash sind. So, jetzt gehen wir hier weiter. Ah ja. Quik, quik. Hellooo! Hellooo! Ah, Mann! Quik, quik. So, eins nur noch. Ah ja, ist ein sehr kleines Level wahrscheinlich, ne? Weil... Naja, das alles dann so... Darzustellen... Oh, hellooo! Ist vielleicht auch nicht so leicht. Ähm... Äh... Hä? Moment, was passiert hier gerade? Hellooo! Hey! Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Scheiße, ich habe keine Zeit mehr. Wow! Wow, 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 grapige Fehler. Okay, das ist der letzte, alles klar. Gut, ähm... Ich lade meine, ich habe es verstanden, ich habe es verstanden jetzt auf jeden Fall. Ich würde hier am besten auch erstmal den ganz hinten wahr. Ja, ich habe mir den Anfang hier wieder verstehen. Ja, Mann! Hellooo! Auf! Ne, wo war es denn? Ach, scheiße! Ähm... Der Dispenser... Ist auch gerade sehr interessant, dass es so schwarze Balken oben und unten hat. Das macht das Thumbnail auf jeden Fall ein bisschen leichter. Spiel? Disefür! Hierhin... ...und flopbo-flop... Flopbee... Hierhin... ...den muss ich jetzt leider mal mitnehmen hier... Immer mit miriquelt. Hallooo! Tine und der Limbo fit für euch wohltäiler. Sie sind nur für sich da geholet, dass es für euch alles ein bisschen ungeil��- apassiertet ist. Wenn man so an jeder Kante hängen bleibt, aber ab innen davon ist das schon ganz cool. Also das schwarze Strich in der Mitte schon die ganze Zeit? Wahrscheinlich. Nicht hängen bleiben, keine Zeit zum hängen bleiben. Oh, okay, ich bin sogar gerade zufällig richtig. Quick, quick. Grafikfehler. Hello. Hello. Kannst du bitte die Fresse halten, Woody? So, jetzt ist noch der eine da. Hello. Da war vier Stück nur, ne? Ich hab ja vier Leben, ey. Voll geil. Ich kann jetzt mal richtig auf die Kacau und die ganze Zeit sterben. Ich freu mich. Das kann ich besonders gut. So. Jetzt geht die ganze Zeit continuous hier. Was ist denn da los? Dank dir, Fremder. Für deine Hilfe bringen wir dich zur Kralle. Sie entscheidet, wer geht und wer bleibt. Ja, genau. Psst. Die Kralle bewegt sich. Voller Schrecken sieht Woody den bösen Sid die Kralle bedienen, um Bass zu bekommen. Oh, no. Das ist das herzliche Nachbarskind. Die Kralle. Halte Sid davon ab, Bass mit der Kralle zu greifen. Tipp. Schütze Bass, bis Sid alle Münzen verbraucht hat. Okay. Grundlegendes Spielprinzip. Vielleicht verstanden, vielleicht auch nicht. Okay. Ah, okay. Nee, ne? Bin tot. Äh, verstehe ich nicht? Hä? Machen dat jetzt. Dass du die scheiße hier halt greifst. Hm. Kiek, kiek. Das hat ja wunderbar funktioniert. Hä? Check ich nicht. Hä? So, hä? Befürchte mal, dass ich jetzt irgendwie dafür sorgen muss. Dass er Schlesen irgendwie die greift, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wie kann ich die auch nur nach vorne schießen, so? Ja, auch mit den abfuckt. Ja, nur nach oben. Ich kann die nicht irgendwie zur Seite schießen, oder so. Okay, verstehe ich halt einfach nicht. Hä? 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 Was soll ich tun? Ich check so die nicht, leider. Okay, irgendwie habe ich die gerade... Hä? Ich habe die gerade irgendwie angeditscht. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Hä? Ich habe das eben gemacht. Ich bin jetzt hardcore komisch. Hä? Wie bist du jetzt geflohen? Hä? Warum fliegen wir jetzt nach vorne? Erklär das mir. Ja, da war ich jetzt schoffen. Ja, da war ich jetzt schoffen. Ich krieg's denn nicht hin. Ich raff's nicht. Ups. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr spielt das Spiel so das erste Mal und versteht einfach komplett nicht, was ihr tun müsst. Ihr müsst dann jedes Mal wieder 1000 Level spielen, bis ihr es mal wieder versuchen dürft. Zweimal so. Irgendwie muss ich ihn nach oben schießen und dann quasi nochmal so nach oben peitschen. im richtigen Timing, aber auch nur. Ah, bringt ja nichts. Komm, er hostet mir mal wieder. Okay, da muss ich, glaube ich, mal im Internet schauen, was ich da jetzt tun soll. Da brauche ich Hilfe. Das verstehe ich nicht. Bei irgendwie so einem richtigen Timing, dass ich hier ist gleich. Das heißt, er hat jetzt einen anderen greift, aber nein. Funktioniert er auch nicht. Oh mein Gott. Muss ich ganz schnell speichern. Okay, wirklich dann, wenn er, wenn er dran ist. Dann muss ich ihn irgendwie abklatschen. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich's. Huch. Oh Junge. Ich schlieb mal an Eier, ey. Ich greife aber Bass. Oh, scheiße. Nein, ich hab. Ich hab was denn gespeichert. Ja, das habe ich verdient jetzt. Scheiße. Ich hab was denn gespeichert. Das war nur eine Frage der Zeit. Gut, wir machen es beim nächsten Mal, ne? Danke fürs Zusehen. Ja, das speichert nochmal. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch Leben. Und jetzt weiß ich wesentlich, wie es geht. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.